so wir sind jetzt am lines gate und hier müsste ein holy messenger namens hogei sein my name is hogei and you must be pixel the adventurer who has reached level 51 holy messenger shamim told me about you as you already know may already know we holy messengers serve the goddess six saints and our role is to release the level restrictions on good adventurers if you wish to grow above level 55 then you may wish to undergo our mystical liberation ritual however you will need to the red goddess get gem which is sometimes dropped by sammy gina at beacon valley very not west windmill way the red goddess gem is a precious gem der wille der götten diejenigen die höher hinaus wollen lasse den heiligen boten hogei das level 55 limit am löwentor in den lang gau bergen aufheben für das ritual des heiligen boten hogei das level 55 in diesem fall müsst ihr sammy gina entweder im beikental oder im very not west windmühlen weg besiegen um einen gelegentlichen roten götten edelstein zu erhalten der guteste decision we will spare no effort to support you in your choice for further growth okay beacon valley kann man von glenn west und glenn east erreichen das heißt wir fahren einfach wieder nach süden wir sind in der stadt so und hier müssen wir sammy ginas töten okay der sieht auch ein bisschen größer aus aber hier irgendwo in der mitte der karte sollten die sammy gina sein anhand des namens kann ich mir jetzt gerade nicht wirklich erraten was das ist sind sammy gina dass du bist in sammy gina secret not revealed genau da haben wir jetzt auch das ding das erkennt dass wir gebrauchen die noch aus wie fischer das ist schon mal special gewesen zero zone ich weiß nicht ob das jetzt nicht lohnt so mit einer mini mädel die nehme ich natürlich gerne mal das neue motor gezogen hast du das nicht gestern gespielt das ist ein anderes wechsel ich da gerade was ja das was du gestern gespielt hast dann dreh das noch mal hast du jetzt komplett neu gespielt und durch und mit allen updates oder nicht so wir haben das gott sehr schön schön ist es so können wir die äh äh quest wieder abgeben schätze ich mal looks like you received red goddess gem i don't have to tell you i can feel the vibrations of the stone from you it was beautiful now let us perform the ritual in front of the river of light would you like to dedicate a red goddess gem to the river of light the things in here the red goddess gem has been safely offered to the river of light now pray to the goddess pixel praise a voice can be heard echoing from afar hear me child of astoltia the six saints were chosen from among the greatest of astoltia champions and protectors the six saints are the divine shield of astoltia protecting against those unwelcome demons to towards the demons the saints led their followers known as the holy messengers to a foreign world through many sacrifices they emerged victorious each time the miasma erupts a new six saints are born and the holy war with no end in sight rages on you heard the voice of the goddess didn't you the ceremony is over pixels level limit has been lifted and it can now go up to 60 we holy messengers have a great mission that we must fulfill even at the cost of our own lives to fulfill that mission we are raising strongmen to become stronger we are raising strongmen like you who are experienced in a hundred battles once you complete the next ritual the level 60 limit will be lifted again the next messenger waiting for you is a man named benihar he should be near the bridge southwest of sussakul plains in altona you may wish to further your training race level of one of your vocations to 56 and head there so that's what we can do to ask as we can do what makes it work so that it will be what are we making it work so that we have that we have that we should have the red flag of us okay and that we will make it work so that we have to speak so that we can do it work so that we can do it work so that we Das waren die letzten Scrolls von meiner Job-Quest oder meiner Vocation-Quest vielmehr. Und wir sind bis Level 58 hoch beim Mage. Sehr schön!